Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Action in Pile World. Ich war jetzt echt wieder am überlegen. Ey, wieso greifen wir hier in die Richtung an? Bist du da jetzt schon drin? Noch nicht, aber gleich. Das ist aber eins, was wir schon hatten, oder? Ja, ja, das ist eins, was wir schon hatten. Sicher, dass du da angreifen willst? Ich hab den mit einem Schuss praktisch fast down gemacht. Der ist fast down. Den kann man fangen vielleicht. Ja, ein Prozent. Der ist down? Ja, toll. Ich hab extra nicht mehr angegriffen. Ich lass dich frei, du guckst. Lass die Pals in Ruhe. Ich hab ihn freigelassen. Oh, hier liegen lauter von den Dingern rum. Aber vielleicht können wir da die ganzen Metall-, die Elektrodrüsen ein... Nee, hier sind keine. Scheiße, die haben alle umgebracht hier. Ja, und dann kriegen die auch meistens den Loot. Das find ich so bescheuert. Ich hau dir den Kopf ein. Mögest du in Frieden ruhen. Wenn nicht, ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ähm. Oh, da hinten sind die explodierenden Vögel. Ich habe nicht das Leder eingesammelt. Das würde ich jetzt einsammeln. Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr bewegen hier. Äh, ich werde mal schauen. Hier ist ganz, ganz viel Steinkohle. Das musst du dir echt mal merken, ja. Nee. Warte mal, ich muss mal hier rüber. Hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Haufen Steinkohle an einem Stück. Boah, die kämpfen zu zehn Leuten gegen diese Mini-Haie. Sehr viel. Äh, da. Da hätte ich fast gar nichts von gegessen. So. Ich werde aber trotzdem mal gucken. Ich meine, es gab nämlich irgendwo... Da oben sind übrigens noch mehr Camps. Ah, warte mal. Hier oben auf dem Berg. Ganz oben drauf. Oh, hier ist aber noch ein Ei. Da gibt... Also, da leuchtet es. Weißt du, das sind diese, wo auch die Bosse, glaube ich, sind. Und, ähm... Die haben normalerweise immer sowas. So ein Speicher-Ding, das Schnellreise-Punkt in der Nähe. Oh. Oh. Ja, ich würde sagen, den Rest schneide ich da mal lieber raus, weil ich nicht genau weiß, wie lange ich jetzt brauche, um mit dem Vogel hoch zu fliegen. Ach, da bist du. Ja, warte, hier ist das Ding. So, was hast du jetzt? Die hier unten. Oh, was ist das denn? Ja, die leuchten ja so geil. Ja, ist ja Feuer. Da hinten ist auch noch so ein geiler Hirsch. Irgendwie sowas. Das ist auch ein anderer als der normale. Univolt. Haben die viele... Warte mal hier. Die hab ich auch noch nicht. Oh. Nein, willst du mich veräppeln? Bin ich hier neben? Äh. Hast du den einen? Einen hab ich. Wo einer will jetzt... Oh. Nein. Oh. Ich dachte, der schießt jetzt noch mal. Nein. Vorsicht, bei mir... Hast du den anderen? Äh, ja, ich hab hier einen von geholt, aber Vorsicht, bei mir rumkommen, weil der schießt schon. Ach, da sind zwei wieder. Ich... Univolt, ist der das? Ja, ja. Und den will ich auch, den will ich auch. Weil den hatte ich noch gar nicht. Hier, der eine, der ist ein bisschen aggro, aber du greifst grad den anderen an. Okay. Mehr mach ich mal nicht, aber dem... Schmeckt, dass ich drei... Also mit den goldenen... Ach, da kommen schon wieder zwei von links. Hab ich jetzt goldene genommen? Ne, ich hab doch noch mal genommen. Ne, mit den goldenen... Oh, warte mal. Die haben Fragezeichen, die greifen sofort an, oder was? Du musst ja aufpassen, die sind neben dir. Ja, wollen wir die nicht weiter auch noch nehmen? Die sind einfach zu fangen eigentlich, also kann ich... Da hinten ist noch ein Dorf. Ich sehe aber nicht, dass da ein Ding drin ist. Oh, jetzt lauf mir da nicht hin. Hallo. Ich greif dich an, nicht der EEP. Ja, ich muss mal eben wieder umstellen, so. Oh, dein Ernst. Nimmst... Bist du jetzt bei mir hier noch? Ja, ne? Oh, ne. Ja, ich krieg den nicht gefangen hier. Ja, ich mach nämlich grad nix, also... Oh, der geht aber auch nicht. Der versteckt sich ständig hinter dem Baum. Kannst du den nicht anvisieren, das ist total nervig. Da unten sind irgendwelche Sachen, die gehämmert... Was ist denn da los bei dem Dorf? Okay, habt ihr. Warte mal, lass uns mal zu dem Dorf gucken. Ist das ein Dorf hier unten? Ein Wilderer Dorf? Oh, ich krach gleich runter. Geht hier ab? Ne, die schießen auf irgendwas. Ach so. Ja, hier ist ein Wilderer Dorf. Ja, hab ich gesagt. Da ist doch was drin. Ein Affe ist drin. Broncheri haben wir, glaub ich, ne? Oder... Auch nicht. Oh, shit. Ich hab den Falken abgeschossen. Das wollte ich nicht. Wollte ich den eigentlich fangen. Oh ja, jetzt weih ich auch noch aus, oder was? Ich hab noch einen Falken. Wo bist du denn? Ich weiß nicht, wo du bist. Och, ich kämpfe hier gerade. Immer noch. Yes. So, jetzt ist die Frage. Wo bist du jetzt? Ich gehst noch gar nicht am Dorf. Nein, so Blitze habe ich hier noch. So ein Einhorn, so ein Blitzen ist. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da unten. Ich komme. Also da unten sind noch so Feuertypen. Willst du die noch holen? Ich rette dir erstmal den Hintern, ja. Nein, du rettest gar nicht. Aber schon. Womit denn? Die sind mit denen am Kämpfen. Kannst du den Affen haben, wenn du möchtest. Oder soll ich den holen? Oh. Ich bin frei, ja, oder? Diese blöden Penner. Mann, ey. Du kannst dich richtig anvisieren, weil der Idiot wegprescht. Und dann kannst du den nicht vor dem Wilder ran retten. Oh, warum bist du denn aggro? Hallo? Davon habe ich auch gerade eingefangen. Oh. Und du hast ihn getötet. Super. Äh, wieso ist der One-Hit? Toll. Ja, weil dein Feuer, dein Dings Feuer drauf gemacht hat. Das war kein Feuer. Nein. Ne. Der ist ein Windpal. Der macht kein Feuer. Hier unten ist noch was. Was war das denn? Dokumenten-Ding. Tag 5. Jetzt ist schon wieder irgendwo anders. Keine Ahnung, wo sie jetzt hin ist. Da. Ich muss erst mal aufladen. So, jetzt kann ich wieder hoch. Hier bin ich. Und guck mal hier. Hattest du den hier auch schon? Welchen? Der hier unten ist. Der grüne. Den habe ich mir nämlich gerade geholt. Broncho Berry, das ist doch. Äh, doch. Ne, das ist der andere, ne? Doch, den habe ich doch. Es ist sehr verwirrend, wenn du einen privaten Spielstand hast. Ja. Dann den noch. Deswegen weiß ich auch nie, ob ich die denn habe oder ob ich sie nicht habe. Doch, den habe ich schon. Hier drin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ah, hier sind sogar zwei davon. Kann ich das eigentlich sehen, wenn ich was mache? Ich gucke mal gerade in meinem... In dem Dex. Park mal hier. In meinem Paldex, ne? Ja, genau. Ah, da hinten ist so eine Statue. Also mir fehlt immer noch so ein... Hä? Öh, was ist denn jetzt los? Ein Christi habe ich hier noch nicht gefangen, komischerweise. Hä? Ein Depressor habe ich hier noch nicht gefangen. Ein Lox habe ich noch nicht gefangen hier. Wie hieß das Vieh hier? Ähm, Broncherry. Eins wird gerade vernichtet von den Wildern. Äh, dieses Hangu, dieses Teil habe ich hier auch noch nicht. Das habe ich wahrscheinlich nur auch auf meinem gehabt. Ja, Univolt hatte ich auf gar keinen bisher. Die habe ich noch gar nicht gesehen, komischerweise. Obwohl ich hier mehrfach war. In der Gegend. Ist das jetzt ein Ei? Es ist ein Ei! Ne, es ist kein Ei. Es ist das Ding, wo ich eben dran war. Toll. Ach, da bist du. Der Univolt ist geil. Das sieht aus wie ein Einhorn. Immer wieder verständlich. Also ein Dinos awesome habe ich, aber dazu eine Schildkröte, die habe ich. Lovanda habe ich einen von. Das macht die ja nicht. Essmenge, die frisst aber viel. Aber Transport ist die gut. Also, wie gesagt. Obwohl, ne, der hat anscheinend die Wildere erledigt. Du hast also noch eine Chance, die zu holen. Also, ich habe sie nicht, also muss ich die jetzt holen, oder? Na, komm. Was findest du mir? Damit er dich fangen kann. Oh, shit. Was hast du jetzt gemacht? Oh, was hast du, was nimmt die für Schaden auf? Ich dachte, die wäre so... Was hast du gemacht? Ich habe sie getötet. Ja, ich dachte, du haust da jetzt einmal mit der Keule drauf. Dann kann ich ja nichts mehr aufnehmen. Ich muss von weiter Ferne schießen. Ich habe jetzt erstmal hier den... ...den Wilderer ausgenockt. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Nein! Achso. Ich dachte, du hast gerade nochmal drauf geschossen. Oh, der Vogel, den möchte ich haben. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich den nicht schon habe hier drin, aber... Ich kriege den nicht. Die Sphäre ist scheiße. Mann, was ist das für eine Kacke, ey? Ja, ich kriege den nicht. Nein, ich kriege den nicht. Ich habe die jetzt so weit runtergekloppt, die ist eigentlich fast tot. Und die kommt nicht, ne? Nein! Mann, ey! Dann kipp, ey! Das ist doch scheiße, ey! Kann doch nicht meine ganzen Dinger dafür verballern. Warte mal, warte mal, äh... Hast du noch einen? Naja, ist egal. Ah, ist so. Das ist nicht dein Ernst. Ich wollte dir eine goldene geben. Nee, lass mit der Pickaxe, ey. Das ist... Ach, ich habe... Ja, warum greift man dann auch an? Warum... Ach, ist das ein Scheiß, der in dem Spiel, ey. Dann hebt man den Ball auf und haut den drauf und hat den direkt drin. Ja, komm, ist egal. Was sind die denn für wenigen Schaden? Lüßchen? Lüßchen? Was war das denn gerade? Hey, wo bist du da am Wegschrank? Den muss ich auch noch haben, den hab ich noch nicht. Da bist du. Hey, das greift mich jetzt hier an. Hallo? Also, ich bin volles Ding. Sollen wir nicht mal eben zurückgehen einmal? Ja, mich greift hier irgendwas an. Ja, oben irgendwie. Da ist doch so ein Adler hier. Der Adler ist jetzt tot. Ja, der hat mich auch angegriffen. Was sollte das? Ja, ich wollte nur noch sammeln. Dankeschön. Also, ich geh jetzt mal zurück, weil ich nichts mehr mitnehmen kann. Ja, dann würde ich sagen... Ich weiß nicht. Ach ja, wir haben ja hier nur eins, oder? Nee, wir haben zwei. Moment, lagert da. Ich glaube, dein Ei dürfte jetzt sogar fertig sein, oder? Die sind beide fertig. Die sind beide fertig. Lass uns das noch eben machen. Als Abschluss für diese Folge. Eins, zwei, drei. Nee, ich hab grad schon gedrückt. Du kannst mich mal. Ich hab'n Tom Bad, den zweiten aus dem Egold. Du kannst mich mal. Nicht da rein tun. Bitte nix bei mir rein tun. Willst du das doch immer. Nein, ich mach'n schönes Ei. Ein saftiges Grünes mach' ich jetzt da rein. Ich mach' auch ein schönes Ei da. Könnte auch ein feuchtes reinmachen, sagt er mir gesagt. Da müssen wir aber noch lang aufnehmen heute. Dann kann ich das auch... Eine Stunde zwanzig, sagt er. Da, eine Stunde zwanzig. Und eins ist nur fünf Minuten. Würdest du mich weipeln? Ja, dann würde ich sagen, dass wir erstmal einen kleinen Cut machen, uns ein bisschen entledigen und so. Und dann schauen wir mal, was wir dann in der nächsten Folge... Ich würde sagen, wir gehen da noch ein bisschen auf Erkundungstour und gucken mal, dass wir nochmal andere Palts wieder fangen können. Ja. Oder halt Eier finden können. Das ist natürlich auch immer wichtig. Du musst nicht unbedingt die Palts fangen. Aber wenn du in der Nähe Eier findest, zumindest denke ich, dass es so ist oder es ist sehr oft so gewesen, dann kommen da auch hin und wieder oder oft halt diese Gameplayerns-Dino-Günstigern-Päuschen kommen halt eben auch oft diese Palts raus, die man da in der Umgebung gesehen hat. Und das finde ich sehr klasse, weil dann kommt man nämlich da dran, obwohl man noch gar nicht so weit ist unter Umständen von dem Level. Ne? Ne? Ja. Ne? Ne? Der Epi versteht nichts mehr. Ich sag einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.